Ihr Fußballplatz ist da, in Neukahlen, Eisenbahn haben sie früher mal gehabt, Bader und Lackierer, die Astendäume, in Neukahlen, Mehrfamilienhäuser sozusagen, Kirche neu gebaut und hier ist sogar eine Ampel haben sie auf Säden. Weiter geht's in Neukahlen, schnell darüber hier wird gebaut, erstmal Zielanschluss verlegt, dass hier alle auch auf Klo gehen können und dann auch vielleicht gleich Sozialanschlüsse. Hier ist ein Hafenbrücker, zumindest ist ja die Hafenstraße, hier wird alles komplett gemacht, prima. Hier soll irgendwie Salem sein, wo wollen wir es nicht hin? Neukahlen, hier da hinten auch Sozialhäuser, im Plattenbaustil, was da denn da auf dem Schild da, das mache ich ja gar nicht leiden. Das ist aber interessant, hier die Ansicht, okay, da erzähle ich nichts von dem Schild, aber die Ansicht ist gut hier. Das sieht klasse aus, bloß noch mal eine Ampel und das passt ja noch gar nicht hin hier, dieser Plattenbautenbaustil. Sogar noch sind noch Gardinen vor dem Fenster, demnach wohnt da jemand drin, hätte ich noch nicht gedacht. Und was machen wir? Wir fahren doch mal nach oben hin. Einfach mal in die Stadt rein, ich weiß nicht, ob wir da durchkommen. Die Stadt, wo wir auch sehen, dass die Stadt überhaupt ist, da hinten ist das andere Autosferder ja auch, das würde auch den genießen zu kriegen. Da sind ja noch ein Ecklack. Da wäre da noch einer gefahren. Hier ist sogar Marktplatz. Lego haben sie da. Ob ich hier einmal rumfahren kann, mach ich einfach mal. Einfach mal rum hier. Bestimmt nicht verboten. Hier ist der Marktplatz irgendwie oder so, alles gebaut natürlich. Gerade noch, das war die Straße hier, die zu ist, okay. Da wollen wir dann auch nicht durch. Bistro, Döner, Pizza, Pasta, Salate. Reukalen, okay. Eben, was er mag. Ich hab schon bald noch was anderes gesagt. Und dann fahren wir wieder hier längs. Und dann fahren wir wieder hier längs. Neutalen. Bis ja auch alles gesehen werden. Fleischereipens gehen. Da ist die Beene. Da ist die Beene. Wo haben sie hier, was ist das nicht für ein toller Ort. Voll geschmierte Wände. Erst schmieren sie und dann schmieren sie alles voll. Das liegt doch nicht. So, G9 wollen wir hin. Ja, G9. Der biegt Dagon. Dagon. In Richtung Dagon. Und hier ist noch ein Netto wieder. Und da hinten auch noch mehr Solar und sowas. Und tschüss.